willkommen zurück mit einer weiteren folge hier im ls 19 auf dahinter kaffee liebe freunde den hänger fertig aufgeladen es ist genauso gegangen wie es aussieht der hänger wird sofort verkauft werden der ist gar nichts für mich müssen wir uns eine alternative überlegen schauen wir mal aber jetzt verkaufen mal falls man hier wieder irgendwie rausfinden bei dem wald und kauf mal die erste fuhrer schauen wir mal was mit der profit machen man recht viel ist natürlich nicht oben was soll haben uns erfüllt das heißt wir müssten eigentlich hier rechts rüber wo gerade so und ja mal kurz auf der karte das sägewerk ist ja gleich da drüben perfekt setzungen hier ja auch bäume schöne abgestorbene kann man etwas machen müssen sich in der decoder nun kommt mir sogar verwenden glaube ich in tassen kann man auch gut wenn man dann vielleicht später noch mal vorbeischauen die gehören unbedingt weg so vielleicht sollte man vorne einsteigen dann könnte man fahren genau perfekt so ja dann jetzt go auf ins siegelwerk dann müssen unbedingt noch das feld 26 und 27 dünge das werden jetzt dann gleich erledigen wo wir die geschichte verkauft haben oder vielleicht wärmer überhaupt einfach nur ab schnitzel machen schauen wir mal so wo ist jetzt der verkaufspunkt hier sollte holt genau da werden wir holz verkaufen so steigen wir aus holz verkaufen naja 11.000 waren es auch für die wird es auch bleiben mit diesem beschwerten hänger funktioniert die animation auch das habe ich zuerst gar nicht gehabt gut let's go dann werden wir gleich wieder richtung händler düsen dann werden wir die felder düngen da ist eh gleich an die ecke so haben wir die innenansicht und leider kommt man aha bisschen hoch machen genau sehr nice ja jetzt ist halt die frage was für alternative haben wir werden wir dann schnell schauen wenn wir den hänger verkauft haben jetzt weiß ich auch warum er so günstig war wäre es vielleicht überhaupt besser dass wir einfach einen normalen hänger nehmen raum brauchen wir gar nicht wenn wir mit dem frontlader oder eben den standard denn keine ahnung wie er heißt genau so jetzt einmal geben händler da ist ja unser hoflinks oder einer von unseren höfen wir sind ja schon großkompisitzer so da ist der händler so dann werden wir den hänger da schnell rein schieben rein ideologa wie gehabt wenn wir sofort wieder verkaufen so tack neu lackieren reparieren wir schnell für die 2 euro verkaufen auf wieder tschüss so jetzt haben wir 54.000 und wenn man nur 800 verlust gemacht schauen wir mal schnell der kostet 54.000 wir haben eigentlich nicht recht viel alternativen was anderes was ist so schnell reinschauen wir mal schnell reinschauen bei transport weg das ist auch nicht so toll hätte ich gesagt nob das geht leider nicht das sind wir da drinnen nichts so gut das werden wir uns überlegen vielleicht werde ich einen neuen mod suchen und lassen wir den jetzt einmal da stehen dann stellen wir ab das wird schon einmal rüber so mein freund du bist wo auf feld 34 ah da haben wir die düngermission gemacht genau natürlich braucht man licht so dann werden wir zum hofsilo düsen und da werden wir uns dann wieder sehen bis gleich so da ist er wieder jetzt haben wir den dünger aufgefüllt hier bei unserem silo und jetzt werden wir zu feld 27 rüber düsen sausen sausen im sause schritt späßchen natürlich sagen wenn wir das düngen anfangen ich weiß natürlich dass wir keine pflege bereifung drauf haben aber das pfeifen wir jetzt mit keine frucht zerstörungen was haben wir denn hier drauf eigentlich schaut aus wie soja pöntchen oder so oder keine ahnung jetzt ja dann bald ist relativ jetzt haben wir erst den dritten tag im frühling aber wir sitzen schon im sommer zu jetzt schauen wir mal schnell genau mit seiner mitte dritten tag beziehungsweise ende und jetzt werden wir im sommer rüber switchen und dann ab dem zweiten tag im sommer können wir schon können wir ernten raumwolle ok schauen wir mal runter weil wir haben ja vor allem rockenweidegras schauen wir mal kurz die fruchtsorten an auf 27 haben wir und raps raps und 1 genau 26 haben wir vermehrungsgras und 29 haben wir den rocken angesäht genau schauen wir mal schnell zwecks Düngerinos genau die 3 müssen wir glaube nur eine wachstumsstufe warten aber eben die 27 und 26 werden wir jetzt düngen genau schauen wir dass das abgeschlossen ist ja freunde es geht immer weiter hier auf der Hinterkaifeck ich spiele nach wie vor so gerne drauf das ist eine der schönsten maps für mich vor allem von den details her es gibt halt keine produktionen aber das stört mir überhaupt nicht ich bin sowieso nicht so der produktionstyp das sieht man jetzt auch beim zweiten projekt was ich angefangen habe auf der wildpachtal ist ja genau dasselbe so eine kleine feine map ich würde mich freuen wenn es da dort einmal vorbeischaut natürlich wünsche ich euch allen nachträglich noch ein gutes und erfolgreiches neues jahr ich hoffe dass es so weiter geht mir macht es immer noch spaß auch hier die videos für euch zu machen ja könnt ihr mir auch vielleicht gerne mal unten in die kommentare schreiben irgendwelche spiele vielleicht ihr sehen möchtet ich bin ein bisschen auf der suche nach was anderes als ls19 aber bin nicht wirklich fändig geworden natürlich bin ich der simulator freund aber auch survival games spiele ich zum beispiel gerne also falls jemand eine idee hat unten rein in die kommentare wie immer so dann schauen wir da noch schnell bisschen weiter rechts müssen wir genau so let's go das hat sich immer durch das müsste passen genau nice 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 läuft läuft wirklich super bin voll zufrieden so dann geht es jetzt rüber zu fehlt 26 das ist natürlich eine Nummer größer das ist weiter gut aus so jetzt muss ich mal jetzt habe ich wieder was umgestellt bei ups da müssen wir mal schauen wie jetzt die qualität ist aber dafür habe ich ein paar legs jetzt da rein warum auch immer ich glaube da müssen wir die die einstellungen nochmal verändern das ist natürlich stockfenster hier das ist auch nicht so optimal wenn man ein licht auf gut freunde ich werde jetzt das fell fertig machen und dann sehen wir uns wieder so freund der feld 26 sind jetzt fertig jetzt haben wir ein bisschen nach vorne gespielt jetzt haben wir 46 am morgen gespielt gespult gespult natürlich nicht gespielt spielen so was anderes so als wären wir hier das letzte feld feld 3 noch schnell düngen das ist ja relativ kleines das wärmer relativ zack zack kommen und dann werden wir mal schauen was mit dem wiesen ausschaut das schifft ja im strömen es ist ja eine wahnsinn eine katastrophe wie oft das hier im season regnet aber natürlich wir haben auch die geo österreich drinnen und bei uns regnet sehr viel unter anführungszeichen so wenn wir jetzt schon bei der wiese hier sind springen wir mal schnell rüber im bunker in der pga habe ich nachgeschaut sind wir bei 95 prozent oder so glaube ich das heißt die wiese ist auch bald wieder zu mähen weil da müssen wir mal schauen zwecksfeuer und so wir müssen unbedingt toll machen weil jetzt haben wir sommer ein paar hoi palmen pressen für die tiere wo wir dann vorbeischauen werden genau wir werden jetzt noch einen düngarino machen einen schnelldurchlauf 1 2 4 5 4 5 6 6 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Des ZDF, 2020 1968,000 100 Liter das ist ja ein bisschen unrealistisch oder geschätzte futtermenge im jahr haben wir 131.446 liter gut jetzt haben wir noch 13.000 drin aber das sind schon ein paar ein paar wagen voll werden wir dann noch schnell sauber machen und dann hoffen wir dass das regnen bald wieder aufhört ein regen will keiner so jetzt ist man schnell rüber zu den hündchen und dann können wir uns überlegen aber vielleicht mit den schweinestall in betrieb nehmen mit richtig richtig bock mal auf schweine wieder könnt ihr mal gerne unten reinballern in die kommentare ob ihr schweine sehen möchtet hier in diesem projekt würde mich interessieren wenn nicht dann nicht hühner, hühner, hühner müssen wir da vorne rein genau werden wir gleich von hinten kommen mit dem frontlader natürlich genau machen wir da noch schnell sauber guck freunde in dem sinne danke fürs zusehen wenn es euch gefallen hat gerne ein like da lassen bis zum nächsten mal tschau euer alex